Herzlich Willkommen an den neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch wie ihr schnell und einfach Koltzmann könnt Freunde. Zudem gehen wir darauf ein. Die Ligen SPC sind endlich da. Ob die sich lohnen testen wir heute live im Video Freunde. Wenn es euch natürlich gefällt sehr sehr gerne Daumen hoch geben. Wenn du hier neu bist nichts mehr verpassen willst. Auch so viele Koltzmann wird es wie ich. Lasse sie gerne ein kostenloses Abo da und dann würde ich sagen steigen wir rein. Let's go. Auf der Suche nach Spielen PSN Karten oder sonstiges für deine Konsole. Dann checkst du sehr gerne den ersten Link der Videobeschreibung aus zu meinem Partner. Wo du die besten Preise bekommst. Gönn dir. Dann legen wir natürlich direkt los mit den UV Verkäufen. Zeige ich euch wieder was in dem Moment. Verkauft sich glaube ich sogar ein weiterer Spieler. Wie die Liste aktuell läuft. Wirklich unfassbar gut. Ihr könnt die Spieler auch weiterhin noch nachkaufen. Also ja die Liste hat mein Discord natürlich gestern Abend schon bekommen. Soll ja klar sein. Wer noch fragt Onkel wie komme ich in den Top 100 Trading Discord rein. Ist relativ einfach. Einfach ein Twitch Sub auf meinem Kanal dalassen. Bei Twitch ist auch unten verlinkt. Dann kannst du Twitch mit Discord verbinden und so kostenlos beitreten. Hier seht ihr die Karten die wir verkauft haben. Ja sehr sehr viele Karten auf jeden Fall. Und ja auch ein Spieler den ich ich glaube vor 2 Videos empfohlen habe zu investieren. All in zu gehen für 53.000. Könnt ihr jetzt verkaufen. Ist so bei 58.000.000. Ihr seht. Ja kann man wahrscheinlich sogar um die 60 verkaufen. Ich glaube ich habe keinen mehr. Ich habe die jetzt alle verkauft. Mit so circa 5k Gewinn. Geht absolut klar. Hier haben wir noch ein paar andere UV Verkäufe am Start. Ja hier so. Ja die üblichen Verdächtigen sage ich mal. So guck mal hier Hakimi Unterschied. 6274. Also du kannst hier wirklich unterschiedliche Preise machen. Auch James 47. Super. Kostet um die 3.000. Auch bei ihm 1500 Gewinn. Schmeckt auf jeden Fall sehr sehr gut. Hier zeige ich euch die anderen Karten die wir noch drauf haben. Ach die Liste läuft geradeaus. Deswegen gehen die Münzen auch gerade dauernd wieder hoch. Da wird man noch den ein oder anderen Verkauf hier wahrscheinlich gerade mitnehmen. Ja Sonnen haben wir hier am Start. Manee noch ein Sonnen. Ja ihr seht das hier noch ein paar Hakimis. Hakimis fand ich sehr sehr günstig für circa 5k. Habe ich mir einfach so 10 Stück mitgenommen. Hier noch ein paar etwas teurere Karten. Hier seht ihr. Los mit den Ligen SPCs. Am Ende werde ich euch auch eine komplette Runde mit den Ligen SPCs reinschneiden. Die haben 2 Stück gebracht. Ich werde euch kurz meine Meinung nach zu denen sagen. Wir haben hier auf jeden Fall 2 Stück bekommen. Wenn ich die hier finde. TDW Upgrade haben wir auch bekommen. Werde ich auch gleich noch eins testen. Am einmal hier das Premium Winter Upgrade bekommen. Hier bekommst du die besseren Packs. Und das ist auch günstiger. Einziges Problem ist die erste SPC. Da musst du 2-3 Spieler immer für 6-7.000 gefühlt kaufen. Das ist das etwas teurere an dieser SPC. Aber die 2 der SPC würde ich euch absolut nicht empfehlen. Man könnte die sogar relativ günstig eigentlich craften durch die Upgrade Packs. Wenn ihr sagt ihr wollt dazu ein Video. Letztes Jahr und vorletztes Jahr habe ich immer Videos dazu gemacht. Wie man das relativ günstig für fast umsonst zu craften können. Wenn ihr daran Interesse habt, dass ich dazu ein Video macht. Vielleicht morgen, übermorgen. Schreibt die Hashtag Craften in die Kommentare. Dann wird das wahrscheinlich die Tage kommen, dass ich euch das zeigt. Wie ihr diese Packs dann relativ preiswerter abschließen könnt. Sei ich mal. Umsonst natürlich trotzdem nicht. Aber auf jeden Fall deutlich preiswerter. Ich würde euch wahrscheinlich eher das hier empfehlen. Und ich würde euch das generell empfehlen 10 mal zu machen. Warum werde ich euch jetzt natürlich zeigen. Warum es sich lohnt das Thema zu machen. Jetzt fragen sich bestimmt viele Onkel. Warum soll ich das Thema machen. Es gibt hier eine Belohnung. Wenn du es 10 mal machst. Wenn ich das jetzt hier finde. Ja hier Winter Upgrade bekommst du. Ihr seht das hier direkt als Hauptbelohnung. Wenn das Thema macht. Ein 5 mal 84 Spieler Pack. Was auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Und du bekommst für jedes Mal ein gutes Pack. Und hier 81 mal 11 Pack. Also das wirklich sehr sehr gut. Seltene Goldspieler Pack. Ist jetzt nicht so gut. Prime Goldspieler Pack. Und nochmal ein 11 mal 81er bekommst du hier. Also ihr seht das hier. Ihr bekommt hier so viele 11 mal 81er. Das ist der Wahnsinn wie viele Packs man hier bekommt. Ich habe das Pack auch schon. Ich habe die Packs auch schon gemacht. Wir sind auf dem Zoda Account. Das werde ich euch natürlich dann gleich reinschneiden. Vorher schauen wir uns natürlich noch das Inform Pack an. Kam ja auch wieder raus. Habe ich jetzt mal eins mitgenommen. Kann man sich gönnen. Ist so ein bisschen günstiger wie die Informs aktuell auf dem Markt. Und du hast natürlich die Chance einen deutlich höheren Inform zu bekommen. Die Informs aktuell auf dem Markt kosten wieder so 15.000. Diese SBC kostet circa so 10.000. 11.000. Wenn du die Spieler relativ günstig snipest. 81 plus TDW. Ich zeige euch was ich hier abgebe. Also ihr zahlt hier wirklich eigentlich gar nichts gefühlt. Du musst drei, vier und achte kaufen und dann somit 82er, 83er auffüllen. Also das ist wirklich geschenkt. Könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Diese SBC könnt ihr jeden Tag 10 mal jetzt machen. Für 10 Tage lang. Also wer das nicht mindestens fünf mal mitnimmt insgesamt. Ja selber schuld. Wenn du dann wieder Informs für 20k oder so kaufen musst. Und ich habe das perfekt prediktet. Ich habe das sogar vor zwei Videos oder drei Videos gesagt. Dass ich davon ausgehe, dass die TDWs, dass die so ein Upgrade bringen, weil die TDWs so teuer sind. Ich hoffe wir finden das Pack jetzt überhaupt. Ich habe natürlich wieder. Okay ich habe genau 30 Packs. Sollte genau klappen, dass wir das öffnen können. Wenn ich das jetzt finde. Gucken wir mal. Ich bin auch am überlegen, ob ich die Packs schon fürs Totti spar. Ich bin mir nicht sicher. Könnt ihr mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Weil Waran ja nicht kam. Habe ich noch nicht die Packs geöffnet. Wir werden das jetzt hier öffnen. Vielleicht bekommen wir wenigstens ja kein 81er. Dann wäre es schon okay. Also wenn ich wenigstens in 3,80er, 4,80er kriege. Wenigstens ein bisschen Rating. Gucken wir mal was ich hier bekomme. Ja das ist der, wie heißt der Magis? Ist immerhin 84. Shomuro Doff ist immerhin 84. Ist okay. Und der würde jetzt glaube ich safe mehr wie 10-11.000 kosten. Ich glaube der kostet locker 20.000 fast. Also 18.000 kosten mindestens. Wäre jetzt für die SBC so deutlich günstiger. Deswegen wenn du Informs brauchst oder du sagst du hast eh keine Informs im Verein. Mach die SBC ruhig ein paar Mal. Kannst du gar kein Risiko mitmachen. Und dann würde ich sagen springen wir jetzt auf mein SWOT Account. Das habe ich live im Stream gemacht. Dann gehen wir einmal so eine Runde durch. Ob sich das lohnt. Dieses 40.000 kostet das ungefähr. Ob sich das lohnt das abzuschließen oder nicht. Ob man da gewinnt oder Verlust macht Freunde. Wir testen jetzt hier im Video das Premium Winter League Upgrade. Ich habe ungefähr so 40.000, 42.000 bezahlt. Ist auch nicht so günstig muss man echt sagen. Und die letzte SBC, besser gesagt die erste SBC ist auch sehr sehr teuer. Allein die kostet 23.000 circa. Wenn das mal laden würde. Zeige ich euch das natürlich. Ihr braucht hier ja Spieler aus einem Verein. Und die gehen die goldenen gehen auf jeden Fall. Aber die silbernen Kosten 6.000 Bronzen gibt es jetzt gar keine von denen. Ich sende das mal ab. Ich habe ungefähr wie gesagt so 41.000, 42.000 für alles bezahlt. Wir rechnen mal raus. Was wir aus diesem Durchgang rausbekommen. Ob sich das lohnt werdet ihr sehen. Schreibt gerne in die Kommentare was ihr gezogen habt in diesen Dinger. Wir werden das natürlich die Tage im Stream. Ich denke mal die fünfmal da machen. Für die Bonus Packs auf jeden Fall. So Freunde fangen wir an. Jumbo Gold Pack. 24 Items. Drei seltene. Gucken wir mal was hier kommt. Erste Pack ist schon mal anscheinend sehr sehr dick Minus. Ich rechne das kurz aus das Pack. Und dann sehen wir uns wieder. Geht kurz durch was jeder Spieler so im Endeffekt wert ist. Und dann sehen wir uns wieder. 6k haben wir aus dem ersten Pack rausgeholt. Gucken wir mal was wir aus dem zweiten bekommen. 6k geht aber eigentlich klar. 6k ungefähr. Ich hätte gerne mitrechnen. Ihr wisst so. Nächste Pack weiß schon nicht mehr was erste Pack war. So 6k erste Pack ist okay. Warte mal. Okay. Das ist untrade. Das ist tradable. Das okay. Noch das ist noch tauschbar. Okay. Mal das noch auf. So das zweite Pack was auch noch tradable ist. Die anderen Pack sind dann alle untradeable. Gucken wir mal was wir jetzt hier bekommen. Wer noch mal ein paar Coins EA. Ist immerhin Leinwand. Vielleicht ist immerhin Cheiko. Sind nochmal wahrscheinlich so 3k circa. Die wir hier rausbekommen. Gucken wir mal. Die anderen Spieler rechne ich noch mal kurz durch. Und dann sehen wir uns wieder. So Freunde Cheiko war circa 3000 wert. Der ist auch ungefähr um die 2000 wert. Der Kollege hier. Der Rest ist so circa Abstoß. Also ist eigentlich nichts Besonderes. Wie hier nicht viele Coins. Warte mal. Wie viel Coins waren das jetzt? 3000 Cheiko. 2. Diese andere Mac. Dann rechnen wir die mal gar nicht mit rein. 1,5. Bin ich bei 6,5k. 12,5k. Okay. Also 6,5k war das Pack circa wert. Sind jetzt bei 12,5 und haben noch 3 Packs. Ob wir da Gewinn machen sehen wir. Ich würde sagen wir gehen ins Prime Elektro Spieler Pack rein. Ist eigentlich ein relativ gutes Pack. Ja. Gucken wir mal. Ja. Gucken wir mal. EA Sports. Gönn mal was Gescheites. Ja. Immerhin Leinwand. Spanier. Petri. Äh. Ne. Luis Alberto ist halt 800 wird. Dann ist natürlich nicht das was man ziehen möchte. Ähm. Ja. Äh. Die Rechenmaschine steckt zu. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Zurückkrieg. So Freunde. Das Pack hat ungefähr auch einen Wert von 6.500 Münzen circa. Region haben wir doppelt. Stoße ich ab. 19k. Okay. Ja. Was trotzdem bis jetzt die Hälfte noch minus. Ne. Also wir müssen hier was ziehen. So. So Freunde. Seltene Gold Spieler Pack. 6 Spieler. Alle selten. Äh. Mindestens 5 Gold und darunter 1,82 plus. Komm. EA. Gönne Special Karte. Dass wir hier mit Plus rausgehen. Ähm. Wäre auf jeden Fall nice. Engländer. Innenverteidiger. Sehr schlecht. Ähm. Ähm. Ich glaube. Ähm. Ich glaube. Da werden wir hier nicht mit Gewinn rausgehen. Wenn das weiter so geht. Was ist noch am Start? Sie werden wahrscheinlich alle Abstoß sein. So Freunde. Das Pack war gar nichts wert. 4.500. Jeder Spieler ist Abstoß. Ja. Also. Selbst wenn ich 85 erziehe. Haben wir 10k minus. Ne. Also wenn ich jetzt 85 erziehe. Haben wir 10k minus. So Freunde. Letzte Pack. Prime. Goldspieler Pack. 12 Goldspieler. 6 selten. 1,2 plus. Aktuell. Äh. Sind wir bei 23.500. Im 42.000 bezahlt. Ist aktuell leichter. Minus. Es ist Walkout. Es ist Walkout. Und es ist Wäckchen. Es ist Lukaku. Es könnte trotzdem noch Minus sein. Wir rechnen es natürlich durch. Ähm. Aber es könnte trotzdem noch Minus sein. Äh. Gucken wir mal was noch dahinter ist. Äh. Ich muss das jetzt durchrechnen. Und wir sehen uns gleich ob das Minus ist. Könnte gerade so Plus Minus Null sein. So Freunde. 18.200 ist das Pack wert. Wir haben jetzt ungefähr an Futterwert 41.700 rausbekommen. Das ist eigentlich auch das was wir im Endeffekt bezahlt haben. Also wir haben Plus Minus Null gemacht. Am Endeffekt hier nicht Minus gemacht. Nicht Plus gemacht. Ja. Muss man natürlich wahrscheinlich auf lange Sicht testen. Wenn man das 3x, 4x, 5x gemacht hat. Ob die weiterhin so. Ja zumindest an Futterwert das zurückgeben. Oder ob die schlechter oder sogar besser werden. Das muss man testen. Ja Freunde. Das wird mit dem heutigen. Video gewesen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja. Gib mir sehr sehr gerne einen Daumen nach oben. Lasst ihr sich ein Abo da auf dem Kanal. Ich wünsche einen schönen Tag. Hause rein. Ciao ciao.